Ja, hallo, ich bin die Kinga Mathien. Wir sind hier in Salzburg auf der Tracht & Country. Wir stellen unsere neue Kollektion vor für das nächste Oktoberfest. Wir haben auch verschiedene Modelle. Wir haben angefangen mit Baumwolldirndl, für die Damen, die einfach das Schlichtere mögen. Wir haben zu allen Dirndl auch Kinderdirndl produziert. Also man könnte auch als Mutter-Kind im Partner-Look gehen. Das ist ja eine ganz süße Geschichte. Man sieht es auch hier. Das kommt besonders gut an. Es gibt ja viele Damen, die gerne ihren Töchtern auch dasselbe Kleid schenken möchten. Hier auf dieser Seite sind auch die wunderschönen Seidendl in den tollen Pastelltönen. Die Kollektion wird ab Juli, genau Ende Juni, Anfang Juli in den Geschäften erhältlich sein. Wir sind in München auch ganz stark vertreten bei Lodenfrei. Da gibt es dann diese wunderschönen Teile zu kaufen. So, und hier sind dann noch die, die bisschen spezielleren Teile. Ja, ein bisschen ausgefahren könnte man auch als Brautdirndl oder früher als Festtagsdirndl nehmen. Die haben fast schon ihren Cocktailkleid-Charakter. Was ich auch besonders toll finde, ist das ganz Schwarze. Oder das eben, was ich anhabe, finde ich auch wunderschön. Und ich hoffe, das geht schon mal. Vielen Dank.